einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen hier im kino des dff des deutschen filminstituts und filmmuseums zu unserer reihe was tut sich im deutschen film sie kennen sie wahrscheinlich wir haben die schon seit 2005 und versuchen da immer jeden monat ein aus unserer sicht besonderes aktuelles kinowerk ihnen zu präsentieren und zwar nicht nur den film sondern auch das kennen sie einen besonderen gast denn auch hier bei uns ist wo wir ein ausführliches werkstatt gespräch dann nach dem film führen das macht heute ulrich sonnenschein er ist autor bei epd film das ist unser kooperationspartner hier in frankfurt das führende filmmagazin in deutschland und ja er ist gleichzeitig auch moderator und redakteur beim hessischen rundfunk aber jetzt freue ich mich ganz besonders unseren gast heute abend begrüßen zu dürfen eine der tollsten schauspielerin unseres landes rosalie thomas herzlich willkommen in frankfurt fast gestolpert vor freude hallo das wollen wir ja es ist wirklich was besonderes dass du da bist weil du kommst gerade schon wieder natürlich von dreharbeiten das ist wahnsinn ja das boot habe ich gehört genau die also nicht der film die serie die vierte staffel war ich gerade in prag die ganze zeit und jetzt bin ich hier und du bist ja unterwegs zwischen kino fernsehen serie du machst alles jetzt hast du noch alles du machst alles einfach anrufen heute wird es noch mal ganz besonders weil du hast auch drehbuch gemacht das war jetzt aber neu dann in dem fall ja genau das habe ich mich aber also zum hauptfilm kurzen paar worte das ist eigentlich ein remake von dem dänischen film der sehr lustig ist der aber in unserer deutschen adaption ein paar schwächen für uns also wir haben da ein paar schwächen gesehen und haben den überarbeitet und ich durfte dann mit also lea schmidbauer die autorin hat die erste fassung sozusagen gemacht und dann haben mein mann und ich das drehbuch noch mal umgeschrieben und das habe ich mich aber nur getraut weil ich davor schon ein ganzes drehbuch alleine geschrieben habe also sonst hätte ich glaube ich ein bisschen anmaßend gefunden und den film habe ich jetzt noch nicht gemacht weil das einfach in diesem land sehr lange dauert bis man einen film wirklich machen kann ich hoffe ich kann ihn machen bevor ich zu alt bin für die rolle die ich mir da geschrieben habe drücken wir die dauern sonst muss ich dann halt die mutter von der ist auch okay nein nein das läuft alles gut aber das hat total spaß gemacht und es ist was ganz anderes einen film dann zu zeigen weil man natürlich noch viel nervöser ist und weil man natürlich denkt zünden die pointen oder finde es nur ich witzig und so ist das super aufregend deswegen umso spannender dass du nachher eben auch das gespräch dann noch hier machst mit uns und das was bei uns auch besonders ist wir zeigen ja keine werbung vorweg sondern wie wir sagen immer ein kurzfilm der entweder thematisch passend ist oder heute mit unserem gast zusammenhängt du hast dir klepto mami ausgesucht ja genau der ist sogar eigentlich thematisch auch ein bisschen passend weil klepto mami so ein film ist über den wahnsinn des mutterwerdens und im weitesten sinne geht es in jagdsaison ja auch um eine mutter die nicht mehr klarkommt und in klepto mami geht es auch um eine mutter die nicht klarkommt und den hat pola beck gemacht eine junge regisseurin aus berlin und als wir den gemacht haben hatten wir beide gerade unser also ich mein erstes kind und sie ihr kind und das war tatsächlich meine erste richtige arbeit nachdem ich geworfen habe also nur mal ein paar intime details die niemanden interessiert und das war sehr sehr schön weil das irgendwie auch ein bisschen anarchisches filmen ist und du hast ihn schon eine weile nicht mehr gesehen und guckst du jetzt auch noch ich gucke ihn jetzt mit euch und dann können wir gucken ob mir noch gefällt nachher reden wir noch mal weiter an dieser stelle großen dank dass du extra kommisch schon mal einen applaus bitte rosalie thomas vielen dank und film ab klepto mami und dann jagd saison dankeschön dein applaus ist aber hier ein sehr geduldiges publikum was sich den ganzen abspann noch anschaut natürlich so ist das bei uns und ulrich sonnenschein wird jetzt das gespräch führen erst mal werden die beiden unter sich reden und dann haben sie auch gelegenheit fragen zu stellen über sich sprechen wir über uns ihr sprecht über euch die wo gehst du jetzt hin falls jemand auf toilette muss es ist nicht erlaubt wo gehst du hin dass die muss die erste frage sein jetzt weiß ich nicht dass also dieser letzte drehtag wo wir im auto saßen und diese karaoke show da gemacht haben war voller freier im pro wie man ja vielleicht auch sieht deswegen keine ahnung ich gehe einfach immer weiter dieses letzte stück ich finde ich scheiße führt in eine andere zeit was hat dich bewogen dieses lied da rein zu holen also es gab viel diskussionen um welches lied es sein soll aber es war klar dass es ein lied wird was quasi die also frauen meiner generation glaube ich total abholt in diese zeit in der sich marlene und eva kennengelernt haben also in diese alte freundschaft sozusagen rein holt und wir waren tatsächlich sehr froh dass wir die rechte bekommen haben das ist immer sehr schwer und die sind ja irgendwie auch so zerstritten und so und zwar cool dass wir das machen durften und teuer ich habe es ja nicht selber bezahlt das ist mir wurscht du hast vor dem film gesagt dass du dich nicht getraut hättest an dem drehbuch mitzuarbeiten wenn du nicht vorher ein ganzes geschrieben hättest ich würde es umgekehrt vermuten dass man erst mal mitarbeitet um dann irgendwann ein eigenes zu schreiben das stimmt auch eigentlich nicht was ich vorher gesagt habe ich dachte ich mache mal so eine bescheidene aussage nee also eigentlich ist es in der wahrheit so dass ich das machen glaube ich viele von uns die spielen das natürlich nicht das erste mal war dass ich rum gebastelt habe an dem buch wir machen das ehrlich gesagt oft dass man sich szenen zurecht schreibt dass man sich nachts auf dem balkon trifft und sagt hey was machen wir mit dieser unspielbaren szene und dann modelt man sich die ein bisschen um und hofft dass man es irgendwie durchkriegt meistens sind die leute in der regie ganz froh weil man eine unbezahlte arbeit macht für die man auch kein credit bekommt und das war sozusagen das erste mal dass ich halt mit einer offiziellen erlaubnis hand anlegen durfte und auch eben mit einer wertschätzung das ist schon ganz schön weil wir sehr frei waren in der arbeit und weil ich finde das jetzt auch so wichtig dass das jetzt langsam passiert dass auch die produzenten wirklich gesagt haben was ist deine perspektive als frau das interessiert uns wir wollen dich nicht nur quasi mit auf einem foto haben schaut sie haben auch eine frau dabei sondern wir wollen auch wirklich hören was du sagst und das ist glaube ich der entscheidende unterschied und es passiert jetzt immer mehr ist es ein vorteil wenn der regisseur der ehemann ist oder ist es dann eher schwierig weil es mit nach hause genommen wird jedes jedes problem kommt wahrscheinlich auf den mann also in unserem fall ist es kein problem es ist eher so dass wir ja sonst auch die arbeit mit nach hause nehmen also man leidet sowieso mit wenn der andere irgendwie eine schwierige arbeit hat oder eine komplizierte oder konflikthafte arbeit hat dann ist man auch dabei nur nervt es eigentlich mehr weil man eben nur so am rande dabei ist und wir fanden das eigentlich sehr schön weil wir also wir hatten einfach eine gute zeit also wir haben jetzt nicht wie man sich das vorstellt dass wir da immer streiten und die anderen so irgendwie wieder ehestreit und so im gegenteil uns hat es irgendwie total gut getan weil wir glaube ich einander so schätzen in der arbeit also ich fände es einfach voll dumm von mir nicht mit aaron zusammenzuarbeiten weil er einfach einer der interessantesten regisseure ist die wir haben und umgekehrt müsste er jetzt irgendwas nettes über mich sagen das würde er sicher würde er ich glaube einfach dass das dadurch so gut funktioniert weil ich liebe wie er arbeitet er liebt meine arbeit und dann geht es halt gut wie mit anderen leuten auch wenn augenhöhe da ist macht die arbeit spaß wenn es nicht so ist es ist halt schwierig wie hat sich das entwickelt wann habt ihr diesen dänischen film zum ersten mal gesehen ich kenne ihn nicht ich weiß nicht ob hier jemand ist der den gesehen hat er ist nicht wirklich in deutschland gelaufen glaube ich kann insofern wie wie kam das zustande warte mal was haben wir jetzt für ein jahr 22 ende 2020 also einen tag zwei tage vor weihnachten rief der produzent bei aaron an und sagte so du ich habe hier eine regisseurin die ist mir abgesprungen das ist ein projekt rosalie schon beim casting war und dann abgesagt hat ein drehbuch kannst du dir das mal angucken und ich war so ja das wirst du das wirst du nicht machen das gefällt dir glaube ich nicht und dann haben wir zusammen noch mal das buch gelesen und den film auch geguckt und gesehen was da drin steckt für uns also man muss ja immer gucken jetzt kann ja der film war nicht schlecht der dänische um gottes willen aber du musst ja immer einen eigenen zugang finden wenn du dann extra dir die mühe machst den noch mal zu kopieren sozusagen oder zu remaken und dann haben wir uns über die weihnachtsfeiertage an das drehbuch gesetzt das sind vier tagen umgeschrieben was sehr schnell klingt und auch sehr schnell ist und dann haben wir ihn im märz gedreht was habt ihr umgeschrieben also ich glaube die größten änderungen sind dass im original was ich eben nicht so mochte war das schon sehr zicken krieg lastig das war so die alte mit 40 erinn gegen die 20 jährige was ich irgendwie ein bisschen überholt finde und nicht mehr so erzählenswert und weil ich auch nicht verstanden habe warum die figur marlene mit dieser blöden kuh befreundet sein will also das habe ich nicht kapiert in dem original weil ich will ja dass die bella auch eine tolle frau ist damit sie wirklich eine bedrohung auch ist weil nur wenn sie wirklich auch auf augenhöhe ist und auch charmant witzig klug ist dann verstehe ich dass es eine gefahr ist weil wenn es einfach nur irgendwie so eine tussi ist ja gut dann ist es eine tussi so und ich finde halt auch so bei sachen wo ich mein gesicht rein halte möchte ich auch soweit ich den einfluss habe und den hatte ich jetzt hier möchte ich auch nicht mehr so dämliche frauenbilder reproduzieren und das war so die größte änderung dass wir versucht haben dass bella irgendwie auch auf ihre art und weise liebenswert ist und auch einen schaden hat und auch witzig ist und auch pointen hat und was haben wir noch wir haben das mit dem hund ob jetzt glaubt oder nicht entschärft das war noch schlimmer im original mit welchem hund der erste oder der zweite dem mit dem rocco also dem sind noch viel wildere dinge widerfahren und ich habe dann recherchiert dass dänemark als hundefeindlichstes land europas gilt man habe gesagt wir müssen das bisschen entschärfen bei deutschland ist ein hundeland das ist schon schlimm genug natürlich ist kein echter hund das ist so ein dummy der mit steinen gefüllt ist und so aber trotzdem ist das krass das muss man schon erst mal wollen auch in amerika darf man hunde nicht umbringen im film vielleicht nur im independent kino naja also ich persönlich habe keinen hund jedenfalls das war so ein bisschen eine sache und dann haben wir einfach dramaturgisch noch ein paar bögen anders geschlossen und was ich zum beispiel wichtig fand war dass marlene einen echten konflikt hat also in dem original ging es nur darum dass sie einfach mal also sex haben will und ich fand zum beispiel diesen konflikt interessant den ich aus meinem freundeskreis kenne wenn du dich schon ganz früh kennenlernst als paar und du hast einfach wirklich noch nie mit einem anderen geschlafen dass das wirklich was macht mit dir und dass das ja auch fragen sind die sich viele paare heute stellen wollen wir keine ahnung eine offene beziehung wollen wir es nicht wissen oder das wird ja immer immer durchlässiger und origineller in der beziehungsart und das fand ich total spannende fragen die da gar nicht verhandelt wurden und das haben wir so versucht alles mit rein zu holen kann man sich einen mann wegvögeln das ist eine frage die ich tatsächlich oft gefragt wurde in der pressearbeit und ich dachte das passiert bei so seriösen journalisten nicht siehst du mal was seriosität heute noch anrichten kann also ich hab's noch nicht ausprobiert insofern kann ich es nicht beweisen ich kenne aber die theorie und die praxis aus dem freundeskreis ich nenne keine namen wenn man die chance hat sich die figur sozusagen so zu basteln wie man es am liebsten hätte dann kommt da so was raus wie eva also so ein bisschen smart ein bisschen überfordert ein bisschen schusselig irgendwie nicht richtig glücklich auch nicht richtig traurig so eigentlich ist sie diejenige die am wenigsten cool ist ganz das verantworten absolut also da musste ich auch nichts basteln weil die war einfach im original schon so dass ich dachte hey cool hat mir immer eine rolle auf dem leib geschrieben oder hat da jemand bei uns gewohnt heimlich also ich bin nicht ganz so schlimm wie die das möchte ich schon kurz festhalten aber ich finde das total zu verantworten weil ich persönlich ich bin ja auch nur letzten endes eine zuschauerin und ich will auch solche frauen sehen die nicht klarkommen die irgendwie sich unmöglich verhalten ich mein letzten endes macht ihr wie so eine zweite pubertät gerade noch mal durch die muss ja auch erwachsen werden verdammt noch mal und ich finde das wahnsinnig liebenswert dass sie immer wieder ihre kippen aus dem müll holt und irgendwie einfach nicht nicht klarkommt und deswegen möchte ich das mit allem was ich bin verantworten diese figur rauchen ist ein thema ne ja mir ist tatsächlich beim mehrmaligen gucken aufgefallen dass das auch mit dem alkohol echt ein bisschen man könnte da noch mal drüber nachdenken ob das ob das cool ist dass die da eigentlich hat sie ein alkoholproblem aber das ist mir erst so nachhinein aufgefallen die erste szene ist ist eine doofe plumpe anmachszene wie man sie auch früher in 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 wirklichkeit natürlich und auch in filmen gesehen hat die dritte szene dann in dem spielzeugladen das fand ich die mutigste szene glaube ich vom ganzen film weil da habe ich wirklich gänsehaut gekriegt weil das so unglaublich peinlich ist was dieser eva da passiert wie sowas passiert denn da schlimm ist sie trifft auf die familie ihres mannes und räumt dabei den ganzen laden aus er das ist zum beispiel was ist interessant dass du das sagst weil das finde ich überhaupt nicht so schlimm also ich jetzt bei mir ständig sowas passiert der dosenstapel umfällt weil du die unterste dose haben will also mir passiert garantiert ganz oft also was ich schon auf was weiß ich filmpremieren von der treppe gefallen mit dem kino weil ich so aufgeregt war und dann mit blutendem bein auf der bühne stand und versucht habe so zu tun als wäre es absicht gewesen also ich schäme mich tatsächlich für gar nichts mehr aber ja eigentlich stimmt das ist unangenehm mehr ich glaube auch eine unangenehme szene ist die wo das handy in der suppe landet ich glaube da ist der schock für die meisten leute die diesen film gucken eine meiner lieblingsszenen zum beispiel aus dem original und die war dann in dem deutschen drehbuch nicht mehr drin als wir das bekam ich war so hey das ist so eine schöne szene weil ich finde man versteht auch sofort wer diese frau ist wenn die unbeobachtet ist zu zählt die da einfach aus dem akkuladebuchse da noch einfach super schön und das finde ich überhaupt immer was schön ist wenn filmfiguren alleine sind also nicht in relation zu irgendjemand anderem weil wir alle wissen dass wir wenn wir alleine sind und unbeobachtet dass wir anders sind als unter leuten also ihr natürlich alle nicht aber ich und das finde ich immer super interessante momente filmfiguren alleine das zentrum dieses films ist diese drei frauen kleeblatt diese beziehung die am ende dann tatsächlich irgendwie eine freundschaft wird das ist aber nicht so einfach denn es gibt diese beiden besten freundinnen das gibt es immer schon seit es geschichten gibt gibt es wahrscheinlich diese beste freundin geschichte und dann kommt die dritte dazu die erst alles zerstört zu zerstören droht und dann in eurem bund die dritte wird was ist das für ein konzept im sinne von im sinne von freundschaften also ich glaube dass das viele leute kennen das egal mann frau wer auch immer dass zwei ganz gut gehen vier gehen auch gut und drei leute sind oft schwierig weil einfach in der dreier konstellation gerne mal einer irgendwie runter fällt oder irgendwie so ein bisschen quer sitzt ist ja auch in der liebesbeziehung blöd meistens wenn ein dritter dazu kommt außer eben in diesen ganzen modernen modellen aber ich glaube dass das war mir eben auch wichtig zu zeigen dass oder zumindest davon zu erzählen dass das eben natürlich total möglich ist und dass es eben nicht sein muss dass ich sag mal eva ist einfach ein sau unzufriedener mensch am anfang die kommt einfach mit diesem verlust nicht klar dass sie das nicht geschafft hat mit diesem kleinfamilien traum und dass sie jetzt alleine ist das sind scheiß job hat und kein partner ist einfach alles irgendwie nicht cool und lädt das quasi alles auf dieser anderen person ab die jetzt an allem schuld sein soll und das passiert uns doch so oft dass wir dann sagen ja nur weil die jetzt und er wenn er die nicht getroffen hätte und so dass wir dann so umwege gehen um dann vielleicht hoffentlich irgendwann dabei zu landen und zu fragen ja okay was ist denn bei mir gerade los warum bin ich und was kann ich denn tun damit mein leben wieder ein bisschen schöner und leichter wird und das ist ja sozusagen ihre reise was ist ihr dann möglich macht diese andere frau halt auch zu lieben weil sie einfach toll ist und es ist natürlich auch ein bisschen märchenhaft weil so möchten wir das ja eigentlich und ich glaube so wünschen sich dass auch viele die in diesem patchwork konstellation leben und ich weiß nicht aus eigener erfahrung aber aus denen die ich gut kenne in meinem freundeskreis dass das echt herausfordernd sein kann und glaube ich viele ganz schön umtreibt war das ungefähr eine antwort das war ungefähr eine antwort interessant ist ja dass sie auf ihrem weg ordentlich geohrfeigt wird und das war sozusagen zuerst von ihrem fahrradhelm das ist übrigens eine tolle szene ich habe diesen helm mal gelesen dass es den gibt gesehen habe ich den noch nie geschweige denn in action dann richtig schwer am nacken ich kann es gar nicht empfehlen ja das geht aber der bläst sich so auf und schützt einen dann tatsächlich ja aber es gibt einige die davon berichten dass sie eben durch so kleinere erschütterungen schädelt im gehirn trauma das eben auslöst also ich keine gute werbung und als nächstes dann bei der wie hieß es noch er real yoga genau auch da kriegt sie ohrfeigen vom vom fußboden und am ende kriegt sie sogar eine ohrfeige von ihrer besten freundin die dann sagt du bist selbst dran schuld dass dein leben kaputt ist nicht bella hat es kaputt gemacht muss viel leiden ja aber das macht ja eine gute filmfigur in der komödie aus also ich finde auch also jetzt mal sachlich betrachtet so unmöglich wie sie sich verhält darf sie schon die ein oder andere auch mitbekommen um dann ja doch irgendwann mal zur raison quasi zu kommen und mir macht es total spaß weil ich finde eigentlich dann eine filmfigur immer richtig langweilig wenn die irgendwie nix ja wenn die nichts leisten muss oder überwinden muss oder wenn ich das gefühl habe gerade bei frauenfiguren wenn ich bücher lese ist oft so dass ich denke war cool sie ist heilig interessant also nee du willst ja dass du willst deine komödie willst du jemanden permanent scheitern sehen und dann aber wieder aufstehen und das mochte ich so bei dem ariel yoga was übrigens der teufel ist also das kann ich wirklich gar nicht empfehlen es war wirklich sehr sehr schlimm für mich weil da wird es einem richtig schlecht und wir haben dann wir hatten das natürlich geübt und du kannst es entweder so fest installieren oben an zwei so dass es immer schön in der linie bleibt oder an so einem drehenden haken und ich habe mir dann gewünscht dass ich bei mir der haken dreht damit zeit schlimmer aussieht und wenn du das 24 mal machst wird dir auf jeden fall schlecht und da zum beispiel finde ich dann aaron so einen wahnsinnig klugen regisseur weil er sagt ist alles ganz schön wenn du da so raus plumpst und so aber wichtig ist dass du immer so tust als sei es absicht und immer eine schöne figur noch versucht zu machen und ich glaube dann wird es halt lustig weil jemand zwar scheitert aber immer versucht das beste draus zu machen und das nimmt uns dann mit und macht es irgendwie auch schön hast du diese szene erfunden oder war die auch in dem anderen film schon in dem original war so eine wie so eine britta jones ich weiß nicht wer sich daran noch erinnert wo britta jones so geil vom fahrradfeld studio so eine ähnliche szene wo sie glaube ich zu dritt auf dem laufband sind sind und eva fällt runter und das fanden wir irgendwie alle noch nicht ideal und dann hatte almila die kollegin die bella spielt hatte das vorgeschlagen weil sie das nämlich in echt kann das was von aus und ich war so ohne bitte nicht das ist das lustigste finde ich also ein mila benutzt immer den begriff anti gravity yoga was ja impliziert dass man die schwerkraft vergessen würde das passiert aber nicht sondern die schwerkraft wird einem sehr schmerzlich bewusst wenn du in diesem blöden tuch hängst und merkst ah ich bin ein sack der im tuch hängt und das war wirklich sehr sehr toll auch finde ich dass aaron und auch die produktion immer offen war für vorschläge von uns also von allen jetzt nicht nur von mir und dass sie sofort gesagt haben ja das klingt toll und beim ersten training ist natürlich ausgerechnet almila aus dem tuch gefahren ist gar nicht lustig weil das glaube ich voll weh getan hat aber sie erzählt es selber immer dass es lustig war das heißt ihr habt tatsächlich so eine offene struktur gehabt also so ein bisschen noch aus den alten improzeiten wo ihr zehn noch am set verändert hat ja also in den dialogen waren wir glaube ich schon relativ gründlich weil die einfach auf tempo geschrieben sind und dann muss man dir auch in dem timing spielen es gibt aber ein paar momente wo dieser wettbewerb zwischen eva und bella ich glaube der hat deswegen so gut funktioniert auch weil ein miller und ich in echt ein bisschen so sind also es hat einfach keiner aufgehört also wenn die eine was gesagt hat ist der anderen noch mal was eingefallen hat die andere noch mal ein konter gegeben und dann die eine wieder und wir haben das halt so lange gemacht bis aaron halt danke ausgesagt hat und das hat er lange nicht gemacht und das hat total freude bereitet weil dadurch natürlich schon auch immer noch mal momente entstanden sind die du so nicht geschrieben hast und ansonsten haben wir schon uns gut auch ans buch gehalten war das denn von anfang an klar dass du mit an dem drehbuch arbeitest oder gab es da irgendwann ein wechsel oder eine situation wo einfach deine hilfe gebraucht wurde nee das war insofern klar weil tatsächlich aaron gesagt hat er schafft es nicht alleine in dem tempo weil er ist wie sage ich das jetzt wenn er nicht kontern kann hier also er ist ein wahnsinnig toller autor aber er nimmt sich viel zeit und ich bin halt so ein bisschen schneller so und das war irgendwie klar dass wir dass das musste schnell gehen weil eben im märz der drehtermine stand und deswegen ging es ein bisschen um tempo und weil er auch gesagt hat du kennst das buch schon du kennst die schwachstellen oder was wir als schwachstellen dann quasi empfunden haben und deswegen war das eigentlich klar dass wir das zusammen machen diese weibliche perspektive ist ungeheuer wichtig aber es ist nach wie vor der film eines mannes nee nee einfach nein also ich glaube dass das ist nicht so entscheidend ist ohne jetzt die leistung einer regie schmälern zu wollen um gottes willen welches geschlecht sozusagen am set steht das entscheidende ist glaube ich was in dem buch drin steht also du kannst zum beispiel in dieser szene wo bella da ihre tasse raus zieht aus dem aus dem wasser kochern zu menstruationstasse dass das gab es so ähnlich schon im original das war aber so total krasses period shaming das fand ich richtig blöd und weil dafür stehe ich nicht zur verfügung und so wie es also zumindest wie ich es jetzt finde ist es so dass jetzt jeder daraus machen kann was er will wenn er es guckt den einen der findet das vielleicht eklig der andere findet es lustig und denkt sich ja man eben weil ich eben wollte dass eva auf jeden fall aus dieser tasse noch trinkt und da eben wieder drüber geht und das ist eben was was ja nicht aron als regisseur entscheidet sondern ich als autorin und das sind zwei frauen und ein mann die das geschrieben haben und ich glaube das ist das entscheidende und man darf auch nicht vergessen dass auch wir drei spielerinnen viel mitgebracht haben von uns und ich glaube jetzt zum beispiel in dem fall wenn du dann sagen würdest nein das muss jetzt aber eine frau machen weil das ist ein film über frauen jetzt brauchen wir eine weibliche regisseurin ist insofern quark weil man braucht einfach die beste regie die man haben kann für den film und das ist halt einfach aron und das ist dann mir wurscht ob der jetzt ein mann oder eine frau ist und ich glaube da müssen wir jetzt in diesen ganzen diskussionen die total wichtig und richtig sind müssen jetzt kurz über diesen bisschen krampfigen gipfel drüber und dann wird es richtig cool wenn wir uns dann entspannen können weil alle teilhaben dürfen für mich ist es ein film der sich so in einzelmomenten bewegt in vielen kleinen szenen und die übergeordnete handlung ja wenn es die dann gibt ist für mich gar nicht so wichtig warum heißt der jagd saison das weiß ich nicht so genau also ich finde dass es eigentlich kein film über die jagd ist ich finde es ist ein film über freundschaft und liebe und ich glaube jagdsaison hieß halt der originalfilm und weil halt diese jagd da stattfindet ich ich weiß es nicht warum heißt er so warum heißt er so ihr könnt auch mal was sagen für später später eine wir brauchen noch zwei drei minuten ich finde er sollte es ist das before misters heißen das durfte der aber nicht weil das irgendwann mal irgendwo schon mal irgendwas so hieß ich finde auch dass die jagd wird schon lächerlich genug gemacht hase oder hund irgendwann ist egal jagd ist auch lächerlich das lustigste fand ich also wie immer so welche trottel gibt denn noch jagen und so also erstens der chef von tobis geht jagen und auch august widgenstein der hier den schönen mann spielt der geht auch jagen der fand das gar nicht so witzig aber aber der ist toll zwei sachen muss ich noch fragen bevor bevor ich das mikrofon hier abgebe das eine ist warum wo er doch in der sprache überhaupt nicht pröde ist der film warum sind die leute in der sauna angezogen das ist aber eine interessante frage sind die da angezogen die sind da oder haben handtücher drum auf jeden fall sitzen sie nicht nackt wie ich sitze immer nackt in der sauna schön dass wir das jetzt wissen auch was worüber ich noch nicht nachgedacht habe ich glaube dass es wahrscheinlich so ein grund hat wie es ist dann sehr kompliziert die auflösung zu machen mit der kamera dass du halt du kannst halt dann schon mal nicht so gut eine totale schießen und es ist halt gerade so das muss man leider sagen auch aus eigener erfahrung bei frauen ist es halt so wenn die nackt sind im film ist es halt nie nicht sexuell also es gibt selbst bei szenen die ich in meinem als ich noch jünger war ein bisschen dümmer leben gespielt habe in denen das 0,0 sexuelle irgendwo konnotation hatte es gibt trotzdem leute die das im internet raus kopieren und dann auf so komische new celebrity seiten stellen und es wird oder die bild macht einen titel das ist die nackte aus dem tatort und so und ich glaube dass es vielleicht auch damit was zu tun haben kann weil es ist einfach nervigerweise so dass sobald du eine frau nackt zeigst im film auch wenn es eben in der sauna jetzt keinen erotischen sex zusammenhang hätte oder so wird es trotzdem immer dazu gemacht und das muss man einfach überlegen ob sich das dann lohnt oder ob man einfach ein blödes handtuch an hat ja das ist ein sehr kluge gedanke dazu weil es gibt wahnsinnig viele szenen wo frauen in der dusche stehen nur um sie dann mal eben nackt zeigen zu können ja und das fängt man irgendwann wenn man in dieser situation selber ist an zu hinterfragen ich habe noch zwei sachen das eine ist was mir wirklich super gut gefallen hat ist die nonverbale kommunikation durch die scheibe das war sicher nicht im original oder das ehrlich gesagt müsste ich das noch mal nachgucken also es war entweder in der deutschen adaption die wir schon bekommen hatten oder im original schon angelegt und wir haben dann daraus gemacht dass sie sich quasi fast ausschließlich darüber unterhalten also über diese pandemie unterhalten weil ich fand dass das auch so toll zu eva passt die halt ihr eigentlich nicht so gut ist mit emotionen und das ist dann halt ihr weg wie sie sowas einigermaßen hinkriegt zu flirten ja und es nimmt diese 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 annäherung jeglichen kitsch ja auch das aber das ist auch gole euler ist ja einer meiner absoluten lieblingsschauspieler weil ich finde das ist so einer der kann emotional sein und weich ohne jemals irgendwie sentimental oder kitschig zu sein ich liebe das und er kriegt auch hin das alte bild des traurigen clowns noch mal neu zu beleben ja und ich liebe auch wie der der ans telefon geht und dann so das ist einfach super das ist ja auch ein kovid fehlen aber wie habt ihr denn die dreharbeiten hingekriegt es gibt ganz wenig szenen wo viele leute am set sind ja das schwere ist zum beispiel die sauna auch so spärlich besetzt das kommt hin und auch noch dazu fun fact übrigens weil du das gesagt hast mit dem nackt es gab eine komparsen die wollte gerne das war dann auch lustig ich glaube dass die tänzerin war oder so und die hat dann immer in der sauna so so den übungen gemacht also richtig so das war sehr verstörend ist nicht mehr empfehlen nicht in der weise nicht das hat sie in den pausen gemacht das war das lustige was hast du ursprünglich gefragt kovid film ja also es war zum beispiel so dass der golo irgendwann ausgefallen ist weil er positiv getestet wurde wir wurden ja jeden tag zweimal sogar glaube ich teilweise getestet und am wochenende pcr und so und irgendwie hat er das geschafft sich das irgendwo an der tankstelle zu holen und konnte nicht mehr kommen und wir hatten aber szenen mit dem und dann ist ein freund von uns eingesprungen sehr uneitler weise am kindergeburtstag der clown im hintergrund ist nicht golo sondern weil wir dachten also super eine clowns maske kann man auch fast jeden nehmen und wir haben dann eben mit golo vor green screen das nachgedreht wo er in der scheibe steht und meinen teil quasi am originalmotiv also so das war so die einzige schwierigkeit das ließ sich aber gut lösen und ansonsten war es eigentlich eher total besonders weil es war ja noch märz april alles so total zu und jeder saß zu hause und war so mein gott was habe ich für ein leben und wir durften an die ostsee fahren in halt ein hotel was eigentlich zu war und hatten da so kleine apartments für zwei wochen an der ostsee für diese ganzen szenen die da spielen und das war wirklich wie klassenfahrt wir haben uns dann wir durften uns natürlich nicht in innenräumen zusammensetzen ohne maske und so aber wir haben uns bei drei grad auf die terrasse gesetzt zu fünft und war so cool schlotternd aber es hat total gut getan weil natürlich das team auch ein bisschen zusammen kam und ich glaube es waren alle so ausgehungert sozial zwar schon auch schön kannst du noch einen satz zu dem drehbuch sagen was du geschrieben hast und was noch nicht fertig durch produziert ist einen satz kannst auch zwei also das ist das gott was sag ich jetzt ohne dass ich euch das verrate um was es da geht es geht auch um eine frau die nicht klar kommt es ist auch sehr lustig es hat aber auch ein sehr also es ist vielleicht eine trage komöde oder sowas also es halt eine komöde mit viel traurigem hintergrund und und es ist es geht um ich will noch nicht zu viel verraten es geht darum ob wir ob wir selber genauso beschissen machen müssen wie unsere eltern oder ob es besser können ungefähr darum ich bin froh dass das känguru nicht dabei war und wir uns hier gut unterhalten konnten ihre fragen bitte ja bitte lösen sie mich geben sie mir einfach ein zeichen und ich komme mit dem mikro zu ihnen aber auch lustig das abschreckend ist ja da oben ich habe eine interpretation zum filmtitel jagdsaison schön alle drei frauen auf der jagd ja die eine auf der liebe tochter die andere will eben familienleben haben die dritte sucht einen mann und will damit ihre beziehung vielleicht retten oder verlieren und deswegen auf der jagd schön schön danke jetzt habe ich das auch endlich verstanden dankeschön hier ist die nächste frage was ganz anderes wie kam sie zu dem grump film und wissen sie wie mika chaos make it dazu kam wobei ja von den drei filmen jeder von einem anderen regisseur gedreht wurde aber trotzdem wird es mich mal interessieren also nur für die anderen grump ist ein finnischer film der der dritte einer erfolgreichen komöden reihe ist in finnland eben und wie ich dazu kam weiß ich nicht also ich wurde einfach gefragt habe ich gesagt ja klar ich komme nach finnland mache ich auf jeden fall also ehrlich gesagt wissen wir das oft nicht wieder hat dann irgendjemand irgendwas gesehen und ich stelle da keine fragen ich war einfach ich habe bock und wie mika dazu kam bin ich nicht ganz sicher ich glaube dass es auch mit seiner produktionsfirma teilweise zu tun hat ich kann ihn aber fragen weil ich sehen ende des monats in hamburg auf dem filmfest erzähl mal vielleicht wie machst du das liest du das drehbuch immer dann direkt oder wie wird es vor gefiltert lassen es mal da einen einblick geben wie du davor gehst also vorweg finde ich muss man dazu sagen dass es ein krasses privileg ist sich die sachen aussuchen zu können so wie ich jetzt momentan noch und dass ich dann also ich habe so eine agentin die mit mir gemeinsam die nicht mit mir gemeinsam entscheidet entscheiden muss ja leider ich aber mit der ich alles bespreche und wir machen das so dass wenn das irgendwie vielversprechend klingt oder irgendwie einen hoffnungsschimmer für mich dran ist das ist vielleicht ein gutes buch sein könnte dann lese ich das und dann kämpfe ich mich manchmal bis zum ende durch und manchmal sind auch ganz tolle sachen dabei und dann wenn ich jetzt ein buch lese wo ich sagt du das ist gar nichts dann braucht sie das gar nicht lesen weil die hat halt ein paar mehr leute als mich also die muss nicht alles lesen ich lese aber wirklich alles auch eigentlich schon alles weiß mich wirklich interessiert also auch weil mich interessiert was wird überhaupt produziert was findet statt was bekommt geld wundert mich auch manchmal weil man sich dann fragt wer soll das gucken oder so es ist viel geschmacksfrage aber für mich hat es immer auch viel damit zu tun wo also wenn es wenn jetzt die frage ist sozusagen wonach ich dann entscheide sind eigentlich ungefähr fünf kriterien interessiert mich die rolle interessiert mich der stoff gibt es irgendeine besondere herausforderungen wo ich was krasses lernen kann zum beispiel finnisch irgendwas tun kann was ich noch nicht kann aerial yoga was ich immer noch nicht kann so finnisch gelernt für den film ich kann es nicht sprechen aber ich hatte ein paar sätze auf finnisch und das war total lustig weil bei meinem ersten drehtag in finnland mit nur finnischen schauspielern und schauspielerinnen und nur finnisch im team hat auch keiner daran gedacht dass sie vielleicht die ansagen auf englisch machen sollten weil ich die dann nicht verstehe und wir saßen so zu zwölft an so einem großen tisch sowie so ein familienfest und ich dachte so okay ich verstehe gar nichts aber wenn die redet und der redet und dann wieder die kurz dann bin glaube ich ich dran ich wusste nur nicht wann wir drehen weil ich ja nicht mitbekommen habe waren das action kam weil das war halt alles auf finish und dann dachte ich immer so noch sind jetzt sind alle nicht mehr locker okay alles klar oh ja ja ich glaube jetzt ich glaube wir drehen und dann habe ich eben immer gewartet wenn die sprüchen lassen die wir dann bin ich dran das war gewöhnungsbedürftig aber es geht auch und es ist nie finnisch fragt mich bitte nicht was ich weiß es nicht mehr ich also kann ich finde ich unfassbar schwierig mir das zu merken weil es ja gar nichts mit unserer sprache zu tun hat also es gibt kein strohhalm an den du dich klammern kannst so jetzt bin ich abgeschwiffen genau danach entscheide ich dann und hab echt viel glück und sauschöne sachen finde ich aber ich habe auch deswegen fragt das vielleicht noch als nachfrage weil du da ja eine enorme bandbreite hast an genres die du gemacht hast du bist wirklich in keiner schublade was vielen anderen so geht und mich würde halt interessieren was ist das zufällig passiert ist das absicht von anfang an gewesen erzähl mal also ich glaube es ist so eine mischung also als ich ganz jung war und irgendwie so angefangen habe habe ich immer gedacht also jetzt machst du nicht noch mal das gleiche oder das ähnliche wie jetzt sondern jetzt machst du vielleicht wieder noch mal was ganz anderes und das ging dann auch irgendwie immer dass ich genug geduld hatte bis dann was anderes kam und auch genug geld weil wenn du irgendwie 20 bis brauchst du nicht viel geld hast irgendwie also ich hatte noch keine kinder und so und dann war das irgendwie egal und da ist ja wie so einen studentischen lebensstandard und brauchst nicht so viel und hatte dann eben am anfang so förderpreisgelder bekommen so dass ich einfach halt einen kleinen puffer hatte um auch ein bisschen unterricht zu nehmen und dann habe ich glaube ich manchmal ganz gute entscheidungen getroffen dass ich zum beispiel gab es eine zeit da hätte ich zu so einer bayerischen volksschauspielerin werden können weil dann einfach diese bayerische trilogie und bayerische komödie und so und dann gab es gab es ein ding nach dem anderen auf den tisch und ich dachte so obacht weil ich einfach gerne mehr wollte als das weil ich das schade fände für mich wenn ich nur noch auf bayerisches einfach dann wenig weniger ausfall und dann war es glaube ich gut dass ich nach dem abi nach berlin bin da bin ich dann zu den casterinnen ins büro und die waren so hey du sprichst ja ganz gut hochdeutsch also ich kann gar kein bayerisch so rumläuft es eigentlich und das war auch wichtig weil die leute also auch in dem job stecken dich so schnell in der schublade sonst und dann ist es auch manchmal so dass es keine ahnung dass es auch hilft auf diesen blödsinnigen empfängen rum zu stehen weil dann irgendwie mal einer sagt hey du bist ja ganz witzig ich dachte immer du bist so bier ernst ja keine ahnung hast du halt drei dramen gesehen dann denkst du die schauspielerin geht zum lachen in keller also sorry das ist auch manchmal nicht unwichtig dass die leute dich auch mal in den privaten zusammenhang kennenlernen oder so mein bisschen party hier mit dem licht wo ist die musik und ich glaube so ist es so eine mischung aus ich habe ein paar mal eine gute entscheidung getroffen aber mir wurde halt auch immer alles zugetraut das kannst du halt nicht erzwingen es muss ja immer jemand da sein in dessen fantasie oder in deren fantasie du irgendwie da reinpasst und da stattfindest und auch mal vielleicht gegen deinen typ besetzt wirst oder so das ist auch viel glück danke dir gibt es weitere fragen oder kommentare ich versuche auch meine antwort kürzer zu halten neun ist super ich muss sagen mir der film grundsätzlich sehr gut gefallen es war wirklich aber sehr witzig genau sie haben schon schon verstehe schon schon den schluss oder den den mittelteil von mir schon vorweg genommen was mir nicht gefallen hat sage ich jetzt mal ist tatsächlich der schluss das was sie gerade erwähnt haben was ihn was er selber offenbar in ihrem freundeskreis ein thema ist das ausbrechen aus einer beziehung ist ja bei der wiese melanie gerade wird es ja nicht vollendet und es wird letztlich für den zuschauer auch nicht erklärt warum sie jetzt nicht tatsächlich hier fremd geht da hätte ich mir jetzt persönlich gewünscht also für mich ganz ehrlich war das dann doch am ende so ein rückfall in das klassische muster könnte man jetzt sagen na ja die frau geht halt nicht fremd so wie sie ja die die frauen selber im film das sagen bei männern ist das alles okay ist es normal die frau macht es nicht sagt ja dann das will ich aufbrechen das muster am ende hält sie dieses muster aber dann doch das hat mir tatsächlich nicht so ganz also habe ich nicht verstanden weil ja wie sie eigentlich ja mit recht gesagt haben alle drei frauen im prinzip sie ja auch nur auch nur sagt wenn ich eigentlich eigentlich die zwei älteren sage ich mal nicht dem klassischen muster eigentlich so entsprechen die erste vielleicht schon dann aber ja doch wieder gezeigt wird dass sie da ja auch versucht so das ein bisschen auf auszubrechen gerade durch die freundschaft jetzt mit den beiden anderen aber das war ein punkt der mir nicht also nicht gefallen hat und den ich auch nicht mehr so erklären kann warum das nicht geschieht weil im prinzip sie ja nur auch nur sagt ich habe es nicht getan aber nicht aufgelöst wird warum ja also das hat das hat natürlich mehrere gründe oder sozusagen zusammenhänge also das eine ist dass wir darüber viel diskutiert haben und das andere ist dass man dann leider auch so ein bisschen der dramaturgischen wahrheit ins gesicht sehen muss dass wenn du drei hauptfiguren hast dass es nicht dass es nicht immer geht dass du alles fertig quasi zu ende strickst weil wenn du das fast dann zum ende noch mal aufmachst dass du sagst okay sie hat jetzt irgendwie sich da diesen typ weggefügelt wie geht das dann weiter das will man ja dann wissen und das geht dann aber hinten raus nicht mit dem timing und so weiter und da ist es wiederum für mich so aus meiner weiblichen perspektive sozusagen ist es so dass ich eben gar nicht für mich geht es in dieser geschichte zwischen den beiden überhaupt nicht darum ob die frau fremd gehen darf oder der mann sondern dass bei denen einfach was schief liegt wo meine ganz persönliche idee vielleicht ist das auch sehr naiv und idealistisch ist ich wünsche mir irgendwie dass die paare dann erstmal miteinander sprechen bevor sie eben draußen sich umgucken und das ist vielleicht ein bisschen romantisch aber das fände ich halt schöner als wenn man irgendwie draußen weil vielleicht will er ja auch mit anderen schlafen kann ja sein aber dann wäre es halt nett wenn sie ein deal machen und dann können sie beide machen was sie wollen und sind vielleicht glücklicher als vorher aber da ist es auch so es hat viele gründe ist es auch so dass man dann sagen muss in welchem genre bewegt man sich wie will man da hinten rausgehen und genau also das ist so ein fass was wir dann nicht nochmal aufmachen wollten aber ich finde es auch eine interessante anmerkung gibt es weitere fragen oder kommentare ansonsten habe ich natürlich eine traditionelle frage noch in dieser veranstaltung die kenne lachen schon die reihe hat eine frage im titel nämlich was tut sich im deutschen film und das wird mich jetzt natürlich auch besonders interessieren vor allen dingen weil du ja nicht festgelegt bist auch wegen kino oder fernsehen zum beispiel macht das einen unterschied und gibt es leute mit denen du dich besonders verbunden fühlst also das waren jetzt ungefähr drei bis vier fragen also was tut sich im deutschen film ist gerade jetzt finde ich wirklich eine spannende frage weil auch durch das was corona den kinos angetan hat sozusagen da merklich noch mal so eine unruhe durch die branche geht und man wirklich sehr genau guckt was kann man fürs kino machen geht man nicht einfach jetzt doch mit allem zu den streamern was aber auch gar nicht so toll ist wie man sich das immer vorstellt das ist dann letzten endes wie eine fernsehredaktion wo du dann doch sehr limitiert bist als kreative und so also da ist glaube ich gerade ein großer umbruch und da entsteht auch immer freiheit und die muss man sich jetzt irgendwie gut zunutze machen dass man mit seinen seinen vielleicht auch ein bisschen radikaleren ideen da jetzt in die lücken rein grätscht das wäre so meine idee dann was war die zweite frage dem du dich verbunden fühlst und fernsehen kino ach so ja also fernsehen und kino finde ich halt bei uns so wir müssen einfach immer wieder uns also auch bei drehbüchern die ich lese wo ich denke ja ich verstehe schon dass ihr ein kinofilm machen wollt aber das wird sich keiner angucken weil wir sind nicht frankreich wir haben diese kultur kaum so es gibt einfach themen die sind bei uns im fernsehen besser aufgehoben die werden dann geguckt die werden auch groß platziert die finden dann statt und du merkst einfach du erreichst viel mehr leute weil es geht ja nicht nur darum irgendwie einen tollen film zu machen sondern du willst ja auch dass der gesehen wird also ich zumindest ich finde es völlig uninteressant für 3000 leute in films machen das schon schön wenn die den dann sehen aber das ist echt viel aufwand also super viel arbeit von vielen leuten viel geld was da drin steckt finde ich einfach blöd deswegen ist es glaube ich bei uns oft wichtig dass man auch bei stoffen manchmal sagt oh das tut mir jetzt zwar weh weil ich wollte irgendwie ins kino und auf die große leinwand aber eigentlich ist mein film im fernseh besser aufgehoben weil es auch da wirklich tolle redakteurinnen gibt manche und insofern habe ich da gar keine präferenz oder schmerzen ich glaube der deutlichste unterschied im arbeiten ist dass du im fernsehen halt noch weniger zeit hast richtig krass ist es bei serie also da wo ich jetzt her komme aus prag vom boot das ist einfach gestört was wir da weg metern am tag da gibt es keinen gar keinen spielraum für aussetzer für texthänger es geht einfach alles gar nicht also ein zwei text und dann musst du da bitte ein genie streichen gespielt haben wenn nicht dann ist es halt so dann wird halt weitergemacht und das ist schon hart wobei mir das liegt ich mag das ganz gerne ich bin auch nicht so eine große proberin und da so stundenlang rum machen und ich will einfach auch irgendwann nach hause also es klingt jetzt so als wäre ich so nee also ich will das wirklich mit haut und haaren ganz toll machen aber ich finde man muss auch nicht da irgendwie 15 stunden dieser künstlerkram und so ist glaube ich einfach nicht dran und was war noch mit wem du dich verbunden fühlst wenn es da leute gibt also jetzt so namentlich oder ja muss doch nicht keine ahnung also ich ja mit dem bin ich natürlich sehr verbunden gibt es eigentlich niemanden der sich fragt wie der das mit der alten zu hause aushält also es muss sich doch hier irgendjemand fragen ich frag mich oft ich fühle mich glaube ich immer dann sehr verbunden wenn ich in der arbeit stecke und manchmal das ist finde ich dann sehr besonders bleibt es auch also hier ist es geblieben wir drei was wirklich auch sehr besonders ist dass sich da so eine schöne chemie entwickelt wo irgendwie alle so miteinander befreundet bleiben das gibt es nicht so häufig ist auch okay aber ich weiß ich bin einfach da du hast mal gesagt deine jungen freundinnen sind hier sehr verbunden und sehr wichtig meine was jugendfreundinnen ja genau also für mich ist persönlich freundschaft das wichtigste also klar ich in familie und so ist eh klar aber das ist so das was mich halt trägt auch durch die höhen und tiefen von diesem beruf ist es ja nicht immer so dass es läuft und es ist auch nicht immer einfach und es ist auch oft einsam du bist in irgendeiner stadt völlig alleine und denkst du also wie heißt eigentlich meine zimmernummer weil man so viel unterwegs ist und das ist schon was was mich echt so trägt ja also ich sag mal wir danken dir sehr für diese tollen und interessanten einblick und den wunderbaren film bevor es aber ein applaus ja finde ich schon bevor es einen applaus dafür gibt natürlich möchte ich noch darauf hinweisen schon in zwei wochen ist die nächste veranstaltung dieser reihe am zweiten oktober sonntag ernte dank da läuft dann der film wir könnten genauso gut tot sein das ist der eröffnungsfilm der sektion perspektive neues deutsches kino auf der berlinale gewesen und die regisseurin ist auch eine sehr sehr vielversprechende die wird uns auch vieles zu erzählen haben ein sehr futuristisches dystopisches werk was sie uns da präsentiert also kommen sie unbedingt wieder aber jetzt an dieser stelle nochmal großen applaus und vielen dank vielen dank dass sie alle so lange da sind dass du nach Frankfurt gekommen bist das ist echt schön danke schön auch Ulrich Sonnenschein für das Gespräch und Ihnen einen guten Nachhause wieder danke schön vielen Dank vielen Dank Vielen Dank.